Ganz liebe Grüße gehen heute in Block 16. Christina wünschen ihr alles Gute zum Geburtstag. Lasst es ordentlich krachen. Und wir hoffen, dass die Jungs hier drei Punkte schenken. Und einen lieben Gruß an Carina und Daniel. Besonders an Daniel, der heute endlich mal bei der Waden-Burusse ist. Auf den Sieg!